Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lasse mich heute von KI bei meiner Didaktikplanung unterstützen und ich verwende dafür vor allem ChatGPT in der Version 4 ohne Web Access. Inhaltlich wähle ich ein Thema, bei dem ich ausreichend Know-how habe, um eventuellen Unsinn gleich zu erkennen und auch ein Thema, zu dem schon viel geschrieben und veröffentlicht wurde. Das ist eine gute Voraussetzung für die Arbeit mit einem Sprachmodell. Das Thema lautet Kommunikation und hier soll es vor allem um das Zuhören und um das aktive Zuhören gehen. Meine fiktive Ausgangssituation ist die, dass ich kurzfristig für eine Kollegin einen Workshop dazu halten soll, der aus verschiedenen organisatorischen Gründen online stattfinden soll. Jetzt ist mir als Erwachsenenbildnerin wichtig, dass es dabei auch Interaktionen gibt und dass die Teilnehmer etwas erleben. Aber ich sollte auch einen kurzen Theorie-Input unterbringen und bleibe dafür der Einfachheit halber bei PowerPoint. Und dafür sammle ich jetzt mit ChatGPT Ideen und wechsle dabei zwischen Inhaltsfragen, Prompts und Didaktikfragen als Prompts ab. So, dann starte ich mal hier mein Prompting und ich starte mit der Aufforderung, agiere als Erwachsenenbildner. Ich definiere also die Rolle, damit habe ich gute Erfahrungen. Ich würde normalerweise natürlich gendern, aber das ist bei GPT nicht von Vorteil. Und dann schaue ich jetzt einmal generell, was den GPT zum Thema Interaktionen in Live-Online-Meetings liefert. Also ich stelle so eine allgemeine Frage, zähle bitte zehn Methoden auf, wie ich ein Live-Online-Meeting interaktiv gestalten kann. Damit lenke ich den Dialog schon mal in die richtige Richtung und das entspricht ja auch den Empfehlungen für Dialoge mit einem Sprachmodell. Und jetzt arbeitet ChatGPT und zählt aus der Perspektive als Erwachsenenbildner Methoden auf für die Interaktion in Live-Online-Meetings. Startet mit Umfragen und Abstimmungen, macht weiter mit Chats, Foren, ja bin jetzt nicht so sicher, ob Foren so ideal ist. Breakout Sessions jedenfalls, Whiteboards jedenfalls. Gamification generell, das ist jetzt auf einer allgemeinen Ebene. Interaktive Präsentationen mit Quizfragen und Diagrammen, eingebetteten Videos. Gemeinsames Dokumentenmanagement, Screensharing, bisher bin ich vollkommen einverstanden. Interaktive Videos, ich denke an H5P oder dergleichen und natürlich Live-Demonstrationen. Also das sind jetzt mal so zur Einstimmung zehn gute Methoden und ich denke, ja, das passt schon so. Und jetzt werde ich konkreter und gebe einen genaueren Kontext vor und poste da zum Beispiel für einen Online-Workshop zum Thema Kommunikation, wer den Input zum Thema Zuhören benötigt. Und da stelle ich jetzt mal eine recht allgemeine Frage, die ich vielleicht dann für meinen Input verwenden kann, die Antwort. Und zwar wie sehr oder wie oft fühlen sich Menschen gehört, wenn sie etwas erzählen. Also sehr allgemeine Frage, ich erwarte eine allgemeine Antwort. Und so ist es auch. Die Antwort kann stark variieren, hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt allgemeine Trends und Ergebnisse. Ja, diesmal, ich kriege da jetzt ein Zitat, obwohl ich den Web Access ausgeschaltet habe. Ich habe bei meinen letzten Prompting Chains immer nach den Quellen nachgefragt. Also vielleicht hat das auch schon damit zu tun. Ich müsste natürlich, wenn ich mich jetzt wirklich darauf beziehen möchte, nachschauen, gibt es die Psychology Today? Gibt es überhaupt diese Umfrage? Ich könnte nachfragen nach der Quelle, wenn mir das wichtig wäre. Oder ich nutze einfach, wenn ich möchte und wenn ich es sinnvoll finde, diese kurzen thematischen Perspektiven, um in meinen einführenden Worten auf das Thema Zuhören hinzulenken. Das ist alles sehr allgemein, dem kann man nur zustimmen. Natürlich stören Unterbrechungen und Ablenkungen des Zuhören, fehlende empathische Reaktionen oder schnelle Urteile oder Ratschläge stören auch. Das ist fein, das kann ich vielleicht für einen Themenaufriss, für eine Einführung verwenden. Ich möchte jetzt aber noch genauer wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zuhören und aktivem Zuhören. Und jetzt schauen wir, ob GPT da konkreter wird. Und ich muss bedenken, ich bleibe im gleichen Dialog. Also es werden die vorher gestellten Fragen schon mit einbezogen als Kontextinformation. Und da bekomme ich schon eine vernünftigere Gegenüberstellung, was denn beim aktiven Zuhören anders ist. Da kommen schon so Aspekte wie Feedback geben, klärende Fragen stellen, paraphrasieren und so weiter dazu. Das Berücksichtigen von nonverbalen Signalen, Körpersprache und so weiter. Das ist sicherlich richtig, kann ich noch immer verwenden für meinen Einstieg ins Thema, wenn ich den möchte. Aber jetzt ist mir natürlich wichtig, von vornherein mitzudenken, dass wir Interaktionen brauchen werden. Also wir werden da keinen Vortrag über das Zuhören halten. Ich stelle daher jetzt schon mal eine Frage zur Didaktik. Für den Online-Workshop brauchen wir zum Thema Zuhören einige gute Interaktionen. Welche Interaktionen passen zu diesem Thema? Und dann schauen wir mal, was da kommen würde. Hier kommen schon konkrete Vorschläge. Welche Übungen und Aktivitäten in so einen Online-Workshop zum Thema Zuhören passen würden. Und die Übung 1 gefällt mir schon sehr gut. Die deckt sich auch mit meinen Erfahrungen in Workshops zu diesem Thema. Funktioniert sehr gut. Müssten wir sicher anpassen und konkretisieren, was das denn bedeutet, eine Geschichte oder eine Meinung zu erzählen. Und was das ganz konkret bedeutet, nur zuzuhören. Maximal nonverbal zu reagieren. Oder vielleicht mal mit einem kurzen Signal. Aber auch ohne Nachfragen zu bleiben. Da könnte man was draus machen. Es kommt noch eine ganze Reihe anderer Vorschläge. Punkt 2. Aktives Zuhören mit Rollenspielen wäre mir für den Einstieg mit Kundenservice anrufen oder Streitgesprächen bestimmt zu. Anspruchsvoll. Das würde ich in dem Fall nicht verwenden. Aber Punkt 3 könnte schon wieder ganz gut passen. Das stille Postspiel. Die Reflexionsrunden in abgewandelt oder vertiefter Form vielleicht auch. Auch die Übung zur nonverbalen Kommunikation könnte sinnvoll sein. Und die Übung 6, die gefällt mir sehr gut. Also so dieses Aufgreifen des Feedbacks darüber, wie gut Partner zugehört haben. Das würde ich auf jeden Fall mir aufheben. Für eine spätere Übung in diesem Workshop, falls er länger sein soll oder falls es ein Folgeteil dazu gibt. Also ich habe da zumindest eine sehr gute Übung, die sich mit meiner Erfahrung deckt. Ich kann zwei andere auch noch mitnehmen für später und ich würde diese sehr gute Übung, die ich selber schon kenne, auch konkretisieren und vertiefen, wenn ich sie dann verwenden möchte. Ja schön. Jetzt möchte ich aber auch einen Input bringen. Und ich kann ja schon mal auf Basis allerersten Ideen und meines Hintergrundwissens dazu ein paar Informationen zusammenstellen oder könnte man da eventuell auch welche zusammenstellen lassen. In dem Fall würde ich dann aber den Web Access einschalten, damit ich nur Informationen bekomme mit Quellen und Informationen, die auch gesichert sind. Ich möchte jetzt aber etwas anderes tun. Ich möchte weiterdenken in Richtung Interaktionen in meiner PowerPoint-Präsentation. Und zwar weiß ich, dass es gut ist, wenn ich in PowerPoint-Präsentationen mal eine Schätzfrage einbaue. Also ich möchte das jetzt vorbereiten und ich möchte dabei ChatGBD um Unterstützung bitten. Ich sage jetzt mal, was ich tun möchte. Also ich möchte in meine PowerPoint-Präsentation zum Thema Zuhören eine Schätzfrage einbauen. Das heißt, ich gebe jetzt GBD wieder den Kontext für die folgende Frage, damit es konkreter verstanden wird, was ich brauche. Und die folgende Frage lautet konkret. Also eine Schätzfrage, damit meine ich eine Frage, bei denen die Teilnehmenden eine konkrete Zahl schätzen müssen, wobei es eine richtige Antwort gibt, die ich kenne. Welche Frage könnte das sein? Bitte mit der richtigen Antwort. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich da wirklich eine brauchbare Unterstützung bekomme. Aha. Und ChatGBD schlägt jetzt als Schätzfrage vor. Wie viele Wörter pro Minute kann der durchschnittliche Mensch verstehen, wenn er jemandem zuhört? Ja. Okay. Das könnte so ein kleiner Wakeup-Input sein, wenn ich diese Frage in meiner PowerPoint-Präsentation stelle. Das ist natürlich schon nützlich und fein, aber es gibt da eine Antwort mit 125 bis 150 Wörtern pro Minute. Und da sage ich jetzt schon mal, bitte sag mir deine Quelle dafür. Ich könnte das natürlich auch anders machen. Ich könnte von vornherein danach fragen oder eben den Web Access zuschalten. Aber ich schaue mal, was dabei herauskommt. Tja, und das ist eine sehr allgemeine Antwort, eine allgemein akzeptierte Schätzung. Und dann wird da doch ein Artikel zitiert. Und an dieser Stelle würde ich jetzt im Ernstfall dringend nachschauen. Gibt es denn diese Publikation? Kommt diese Aussage dort wirklich vor? Und GPD bringt da seinen üblichen Disclaimer, dass seine Informationen bis zu einem Wissensstand vom September 2021 in die Gegenwart reichen. Also nicht weiter als bis September 2021. Also eben nicht in die Gegenwart. Und verweist auf aktuelle und vertrauenswürdige Quellen, um genaue und aktuelle Informationen zu erhalten. Also das würde mir so nicht genügen. Ich würde vorher nachrecherchieren. Ich frage aber einfach nach, ob es vielleicht noch eine andere Frage gibt, die ich selber für besser passend empfinde. Und frage auch schon gleich nach einem konkreten Beleg, wenn möglich. Und sofort in der üblichen verblüffenden Geschwindigkeit kommt die Antwort. Das wäre eine andere Frage. Wie viele Wörter pro Minute spricht der durchschnittliche Mensch normalerweise? Okay. 125 bis 150. Und hier wieder mit einer Quelle. Und noch einer weiteren Quelle. Und tatsächlich würde ich auch hier wieder genau nachschauen, wie das denn mit diesen Quellen ausschaut. Gibt sie, besagen sie das. Es hängt ja ganz sicher auch von der Sprache ab. Nehme ich an. Jetzt vergleiche ich nur mal kurz, ob das überhaupt plausibel ist. Menschen können 125 bis 150 Wörter verstehen. Aber Sprechrate 120 bis 160. Also ich würde das jetzt mal so nicht nehmen, sondern überprüfen. Aber es kann ja eine Anregung sein für meine Schätzfrage. Und ich könnte natürlich noch weitermachen und habe das ja auch schon mal in einem ähnlichen Fall ausprobiert, bis ich wirklich eine Frage hatte, von der ich gedacht habe, die ist wirklich anregend genug und passt wirklich zum Thema so genau dazu, dass ich sie auch verwenden möchte. Gut. Jetzt möchte ich vielleicht noch was anderes. Also ich denke jetzt an den Abschluss meiner ersten kleinen Präsentation, meines ersten kleinen Inputs in diesem Workshop. Und ich möchte zum Thema aktives Zuhören auch ein paar Aussagen einbauen, die man eindeutig mit wahr oder falsch beantworten kann. Ich sage das mal ChatGPT. Ich möchte zum Thema aktives Zuhören ein paar Aussagen einbauen, die man eben als richtig Falschaussage verwenden kann. Und das sollte als Prompt schon genügen. Normalerweise muss ich gar nicht mehr sagen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Und da kommt eine Antwort. Natürlich, hier sind einige Aussagen zum Thema aktives Zuhören, die mit wahr oder falsch beantwortet werden können. Also bei 2 und 3 bin ich hundertprozentig überzeugt von der Richtigkeit. 4 ist auch richtig, also in dem Sinn eben falsch, so wie 3. Das passt schon, das kann man verwenden. Und 5 kann ich auch so verwenden, das sehe ich schon. 6 kann ich auch so verwenden. 1 würde ich auch verwenden können, mit der Einschränkung, dass das Stellen von Fragen eine gefährliche Geschichte sein kann, je nachdem wie man fragt. Ich würde das vielleicht anpassen. 1 würde ich nicht unverändert übernehmen. Aber ansonsten gefällt mir das alles wirklich gut. Und ich könnte vielleicht meine initiale PowerPoint-Präsentation mit diesen Fragen und Antworten beschließen. Wobei eben im Fall 1 und bei genauerer Betrachtung vielleicht auch noch woanders ein bisschen nachschärfen müsste. Gut, also da habe ich jetzt schon Anregungen bekommen, die ich wirklich gut verwenden kann. Jetzt möchte ich vielleicht noch, weil ich weiß, dass es auch eine nette Aktivierungsmethode in einer Präsentation ist, möchte ich vielleicht auch noch die Grundbegriffe des aktiven Zuhörens einbauen. Und zwar so, dass man sie erraten lässt. Das Erraten lassen funktioniert meistens ganz gut, wenn man die Vokale weglässt aus den wichtigen Begriffen. Dafür brauche ich aber zuerst einmal die Grundbegriffe des aktiven Zuhörens. Und zwar ohne große Erläuterungen, sondern nur aufgezählt. Jetzt schauen wir mal, ob ChatGBT das kann. Was kommt denn da? Grundbegriffe des aktiven Zuhörens, aber bitte ohne Erläuterungen. Ja doch, oder? Dass Empathie sicher, Respekt als Haltung, Geduld als Haltung, Offenheit auch paraphrasieren als Methode, klärende Fragen als Methode, Feedback geben mit Vorsicht und Erläuterungen, aber non-verbale Kommunikation, Wiederholung zusammenfassen, vermeiden von Unterbrechungen von vorzeitigen Ratschlägen, vermeiden von Urteilen. Also das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, mein Kernthema, aber ich bin recht zufrieden damit. Ich würde das wirklich weiterverwenden wollen und schreibe jetzt noch als weiterführende Frage dazu. Schreibe bitte diese Begriffe jetzt mal ohne Vokale. Dann sehe ich mal, ob das für die Methode des Raten funktionieren könnte. Und daraus kann ich schon zusammenfassend, also vielleicht so am Ende der Einheit oder auch schon am Ende der Präsentation so ein kleines Ratespiel, das ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, so einen kleinen Wake-up Aktivierer machen. Was sind denn die Ingredientien, was gehört denn dazu, wenn ich vom aktiven Zuhören rede? Was ist denn dabei wichtig? Das lässt sich verwenden. Gut, ja, jetzt habe ich ja schon einige nützliche Anregungen erhalten. Jetzt tue ich mal so, als wäre ChatGPT eine Suchmaschine und sage einfach, ich möchte zum Thema Aktives Zuhören außerdem ein Bild einbinden, das unter einer offenen Lizenz steht. Einer offenen Lizenz steht. Und ich bitte um eine Bildempfehlung. Und jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Und da kommt ein Disclaimer. Also ich kann als KI-Modell, in dem Fall eben Sprachmodell, keine Bilder generieren oder empfehlen. Ich kann einige allgemeine Ratschläge geben, wo sie Bilder finden könnten, die unter einer offenen Lizenz stehen. An Splash, Pixabay, Pexels, da weiß ich jetzt aus der Redaktionsarbeit, dass das Bilddatenbanken sind, die zwar ihre Lizenzen als offen beschreiben, aber die keine Creative Commons Labels verwenden, also keine vordefinierten Creative Commons Lizenzen. Das heißt, da muss ich mir dann genau anschauen, wofür will ich denn diese Bilder verwenden, passt es dafür oder nicht. Also nützlicher Tipp, aber nicht ganz uneingeschränkt wahr. Ich kann dort nach den Begriffen suchen. Das ist fein. Ich kriege da auch schon Empfehlungen dafür. Oder das ist fein, die Creative Commons Suchmaschine. Naja, das ist ein bisschen vielleicht nicht ideal aktuell. Ich müsste das überprüfen und schauen, wie weit mich das weiterbringt. Ich habe auf jeden Fall hier eine unsinnige Anfrage gestellt, weil ja GPD keine Bildersuchmaschine ist. Ich muss, wie man sieht, das Ergebnis auch überdenken, obwohl es einige hilfreiche Hinweise enthält. Jetzt, was wäre ein sinnvolles Vorgehen? Ja, was kann mir ChatGPD liefern bei der Bebilderung? Was ChatGPD machen könnte, es könnte mir eine Metapher liefern. Das bringt ohnehin noch einmal etwas Interessantes auch in die Didaktik. Ich könnte jetzt sagen, liefere mir doch mal eine Metapher zum Thema aktives Zuhören oder vielleicht gleich drei Metaphern zum Thema aktives Zuhören. Und wenn mir etwas davon gefällt, dann könnte ich das ja im Anschluss verwenden, um ein Bild zu suchen. Also ich sage mal, drei Metaphern bitte. Aktives Zuhören ist wie? Okay, wie das Betrachten eines Gemäldes, um die gesamte Schönheit und Bedeutung zu erfassen, müssen Sie es in seiner Ganzheit betrachten, sich auf die Details konzentrieren und versuchen, die Absicht des Künstlers zu verstehen. Naja, das Navigieren in einem fremden Land mit einer Karte, aufmerksam auf alle Anzeichen und Wegweiser achten und offen für unerwartete Wege und Überraschungen sein, gefällt mir fast noch besser. Oder wie das Gärtnern, Geduld und Fürsorge, um das Wachstum zu fördern, beziehungsweise um Vertrauen und Verständnis zu fördern. Das ist natürlich jetzt Geschmackssache und hängt davon, ob welchen Aspekt des aktiven Zuhörens ich betonen möchte. Möchte ich die ganzheitliche Betrachtung fokussieren, um die Absicht zu verstehen? Möchte ich die Aufmerksamkeit fokussieren, um Überraschungen zu erfassen? Möchte ich die Geduld fokussieren, um das Vertrauen zu fördern? Davon hängt es ab, was ich denn für ein Bild suche. Aber angenommen, mir gefällt die Metapher mit dem Gärtnern am besten, dann könnte ich jetzt dafür ein Bild suchen zum Gärtnern, um das Wachstum von Pflanzen zu fördern. Und ich könnte dieses Bild entweder mit einer der angeführten Bilddatenbanken suchen oder ich könnte es mit einem KI-Tool generieren lassen, beispielsweise mit Journey oder Stable Diffusion und ich probiere das einmal aus und Bildvorschläge dafür könnten beispielsweise so aussehen. Und diese Bilder darf ich laut aktuellem Recht zumindest im geschlossenen Teilnehmerkreis ganz sicher verwenden. So, da mache ich jetzt einmal einen Zwischenstopp und denke ohne Chat schiebe ich weiter. Ich finde doch, dass ich jetzt recht gute Anregungen, nützliches Material bekommen habe für meine kurzfristigen Online-Workshop. Hier würde ich eben auch den Dialog unterbrechen und einfach einmal selber ins Reflektieren und weiter basteln gehen. Wenn ich jetzt etwas von den Zahlen oder den Literaturzitaten verwenden möchte, dann muss ich die jetzt überprüfen gehen. Ich mache das jetzt auch einmal an einem Beispiel. Ich nehme jetzt dieses Zitat her. Der durchschnittliche Mensch spricht normalerweise 125 bis 150 Wörter pro Minute. Da gibt es einen Beleg dazu. Jetzt gehe ich mal schauen, ob es dieses Journal of the Acoustical Society of America mit einem Band 56 Nummer 2 aus dem Jahr 1974 gibt. Also 1974, fast historisch. Gibt es den? Ja, und ich sehe, den gibt es auch. Und es gibt dazu auch ein vollständiges Inhaltsverzeichnis für diesen Band. Und dann gehe ich nachschauen, ob es diesen Beitrag von Bruce Higgins und Sollenberg gibt, um zu überprüfen, ob da auch genau das drinsteht, was hier belegt werden soll. Und dann stelle ich fest, dass es so einen Beitrag weder im Inhaltsverzeichnis gibt, noch dass dieser unter dem Titel, auch nicht unter einem ungefähren Titel, noch unter einem der Autorennamen auffindbar ist. Also ich lerne daraus, jetzt ist es wieder mal belegt, ganz schlechte Idee, an ChatGPT ohne Webplugin eine Frage nach einer Quelle zu stellen. Denn es ist ein Sprachmodell und es wird das tun, was wir uns von ihm wünschen. Es wird an dieser Stelle eine Quelle erfinden und ist nicht auf einen Wahrheitsgehalt hin optimiert. Wenn ich jetzt mit dieser Aussage trotzdem weiterarbeiten möchte, kann ich natürlich auf die übliche Art recherchieren gehen, wie das denn so ist mit den Wörtern pro Minute, mit der Sprechgeschwindigkeit. Oder ich frage ein anderes KI-Tool, das sich so als Mischung zwischen Sprachmodell und Suchmaschine präsentiert. In dem Fall habe ich Perplexity gefragt und bei Perplexity bekomme ich folgende Antwort, die ja immerhin doch die Größenordnung bestätigt, von der wir da bisher ausgegangen sind. Also so um 150 Wörter pro Minute sollte es sich da handeln. Perplexity führt da eine Reihe von Quellen an. Das sind jetzt keine wissenschaftlichen Quellen. Aber hier bin wieder ich gefragt, um je nach Kontext zu entscheiden, ob mir das jetzt für einen kurzen Aktivierer genügt oder auch nicht. Aber da liegt die Entscheidung jetzt eben wieder bei mir. Ich stelle mir vor, ich habe jetzt so auf dieser Basis und anhand von Vorwissen und anderen Recherchen so eine kurze PowerPoint erstellt. Die könnte ich jetzt noch KI gestützt im Design verbessern. Ich könnte dazu beispielsweise den Microsoft Designer verwenden und hier ist ganz kurz eingeblendet, wie das so ganz grob ausschauen könnte. Also geht dann auch sehr schnell. Ja, wenn ich mit KI-Tools in dieser Form, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, arbeite, dann entspricht es in etwa diesem Modell. Da würden die Ausgangsfragen und die initialen Ideen von mir als Mensch kommen. Die künstliche Intelligenz generiert dann Vorschläge dazu. Ich würde diese bewerten, kontrollieren, nachfragen, auswählen, verfeinern. Ich habe da einiges zu tun. Ich finde diese Darstellung recht schön und möchte mich an dieser Stelle auch bei Alicia Bankhofer bedanken, die eine ähnliche Darstellung vor kurzem veröffentlicht hat. Ja, es gibt auch Möglichkeiten weiterzugehen. Die KI-Möglichkeiten sind ja inzwischen schon sehr umfassend. Die kann eine KI auch mehr machen lassen, mich selber weniger einbringen. Ich habe das jetzt mal so zum Kontrast auch ausprobiert mit Tomi, mit der Tomi App. Und blende das mal hier kurz ein. Und wenn Sie das jetzt verfolgen, wie hier die Tomi App in der Gratis-Version eine PowerPoint zum Thema aktives Zuhören erzeugt, dann werden Sie sehen, dass das wirklich sehr, sehr schnell geht. Also es dauert nur 30 Sekunden einschließlich Bebilderung und dementsprechend ist natürlich jetzt auch das Ergebnis stark vereinfacht und es ist nicht an meine Vorstellungen angepasst. Kann ja auch nicht sein, es hat überhaupt keinen Dialog dazu gegeben, aber ist natürlich einfach mal ein Ausgangspunkt für all jene, die vielleicht so arbeiten wollen. Das alles ist ja natürlich jetzt nur der Stand vom Juni 2023 und geht natürlich rasant weiter. Ich danke jetzt einmal für heute für die Aufmerksamkeit und das Interesse und vor allem danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir oder parallel zu mir auch eben lernen, mit den neuen KI-Anwendungen umzugehen. Namentlich an dieser Stelle herzliches Danke an den Tobias Albers-Heinemann für unser Gespräch zum Thema, an den Michael Ziereis für die PowerPoint-Aktivierer und auch Herrn Nele Hirsch für die Ideen zur Metaphern-Suche. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020